In Guantanamo Bay bin ich vielen Menschen begegnet. Einige wenige haben mich sogar gefoltert. Ich lebe seit 17 Jahren mit dieser hässlichen Wahrheit. Wollen Sie ihm das selber sagen? Voll proppen die Bude bis unter das Dach. Und auch wenn man ein paar Ferkel hoppt, ist egal. Hauptsache viel Output pro Quadratmeter Steilfläche. Man nimmt diese Sorgen, ob man das alles leisten kann, tatsächlich jeden Abend mit ins Bett. Es ist wirklich in die Richtung gewandert, dass du immer mehr Fläche brauchst, um wirklich überlebensfähig zu bleiben. Und dann bangt man natürlich irgendwo um jeden Hektar. Einfach immer nur weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und wenn sich die Chance gibt, am liebsten noch mehr machen. Weil wenn der Preis pro Kilo nicht stimmt, muss ich einfach mehr Kilo erzeugen. Bäuerliche Familienbetriebe im Existenzkampf. Jahr für Jahr geben Tausende Höfe auf. Es fehlt auch die Lobby einfach für die Landwirtschaft. Es ist keiner mehr so wirklich für die Landwirte da. Und ja, die stehen einfach mehr oder weniger alleine da. Und ihr Sprachrohr? Der Deutsche Bauernverband? Unser Antritt und auch mein Antritt ist der, diejenigen, denjenigen, die in der Landwirtschaft bleiben wollen, ihre Zukunft sind, diese auch zu garantieren. Dafür zu kämpfen, dass sie Perspektiven haben. Stimmt das? Viehtransporte, das Geschäft von Eike Ferdinand. Er ist auf Rinder spezialisiert, die er auf Höfen in ganz Norddeutschland abholt und weitervermarktet. Sein eigener Stall in Ostfriesland ist nur eine Zwischenstation für die Mastbullen. Sein Geschäft läuft gut. Jetzt müssen Sie noch ein bisschen was zu fressen vorhaben hier. Und dann geht's gleich weiter. Gleich weiter zum nächsten Hof. Jede Woche kauft Ferdinand bis zu 200 Tiere auf. Immer häufiger sind es Notverkäufe. Weil die Landwirte Geld brauchen oder weil sie ganz aufgeben müssen. Wenn es in Deutschland so weitergeht, wie es momentan ist, dann werden wir, glaube ich, in fünf bis zehn Jahren nicht mehr ganz viele Betriebe in Deutschland haben, wenn wir überhaupt noch welche haben. Ich habe selbst schon miterlebt, dass Leute 40, 45, 50 Jahre alt weinend im Stall gestanden haben. Und weil sie einfach das wirtschaftlich nicht mehr voneinander halten konnten und da dann ihre Tiere verkaufen mussten. Und das nimmt einen natürlich schon mit, weil es einfach eine richtig miese und fiese Situation ist. Im niedersächsischen Steinhausen will Ferdinand Milchkühe aufladen. Es ist kein Notverkauf heute. Doch auch hier ist die Stimmung schlecht. Der Hof ist immer größer geworden. Vier Millionen Euro hat der Landwirt in die Modernisierung gesteckt und den Viehbestand auf 350 Tiere erweitert. Doch auch Thomas Schütte kämpft um seine Existenz. Es ist immer in den letzten 20 Jahren immer darauf hingedrängt werden, ihr müsst uns ernähren, die Weltbevölkerung wächst, die muss auch was zu essen haben. Ihr müsst mehr machen, ihr müsst wachsen. Wachsen oder weichen, das war von allen Seiten zu hören. Lampwirtschaftskammer, Politik, auch vom Bauernverband, von allen. So, und jetzt sind wir alle gewachsen und machen mehr. Aber ja, es haben aber auch hier genug aufgehört, das muss man auch hier mal sagen. Und jetzt auf einmal heißt das, nein, ihr sollt ökologisch werden und ihr sollt weniger machen oder sonstiges. Ja, aber wenn ich investiert habe, es geht nicht einfach so zurück. Ich kann ja nicht einfach zu meiner Bank sagen, ich reiß jetzt den Stahl ab, jetzt mache ich nur noch die Hälfte. Und was ist mit dem Kredit, den ich aufgenommen habe? Dann sagen die ja nicht zu mir, hat sich aufgelöst. Hohe Kredite, Raten, die sie nicht mehr bedienen können, das treibt viele Landwirte in den Ruin. 1995 gab es in Deutschland noch rund 555.000 bäuerliche Betriebe. Heute sind es nur noch knapp 263.000. Mehr als die Hälfte gab auf. Allein seit 2010 verschwanden hierzulande mehr als 36.000 Bauernhöfe. Vor allem kleinere Betriebe müssen aufgeben. Wir sind unterwegs in Norddeutschland, wollen mit Bauernfamilien und Vertretern des Deutschen Bauernverbandes über diesen Strukturwandel sprechen. Na los. Oh, das kriegen wir nicht rüber. Nee? Nee, eine Ratenhalle nicht müssen. Dieser Hof kämpft um sein Überleben. Wir sind bei Familie Bockelmann im niedersächsischen Blekede. Ein Milchvieh- und Ackerbaubetrieb mit sechs Angestellten. Als Heiko Bockelmann den Betrieb von seinen Eltern übernahm, hat er modernisiert, Ställe ausgebaut und Tiere aufgestockt. Zieh mal in diese Richtung ein bisschen mit. Zieh mal in meine Richtung. Das geht nicht. Zieh mir jetzt den Finger auf. Es ist Erntezeit. Mit glückreichen Futter und Stroh bis ins nächste Jahr. Guck mal, was ich alles kann. Könnt ihr das auch? Alles gut. Heiko Bockelmann führt den Hof zusammen mit seiner Frau Juliane. Geerntet wird oft bis spät in die Nacht. Wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen zusehen, dass wir überall kostendeckend arbeiten, was wir natürlich dann mit unserem Milchpreis nicht hinbekommen. Wir haben investiert. Wir müssen zusehen, dass wir die Kosten so gering wie möglich halten, dass wir mit unserer eigenen Arbeitskraft so viel Leistung wie möglich erbringen, unsere Tiere so gut es geht versorgen, dass wir auch genug Milch rausbekommen. Ja, alles versuchen, so wirtschaftlich wie möglich zu arbeiten und am Ende gucken, dass nichts kaputt geht, kein Schaden entsteht, dass alles glatt läuft und dann gucken, dass wir mit dem Geld, mit dem bisschen Geld, was dann übrig bleibt, überleben können. Sobald einer wegbricht, wir sind so eingespielt, ich könnte morgen früh Juliane nicht ersetzen und umgedreht auch nicht. Wollen wir nicht hoffen, dass es passiert. Hof Bockelmann liegt in der Elbmarsch. In den 80er Jahren gab es hier noch 13 Bauernhöfe, heute sind es nur noch zwei. 300 Milchkühe gehören zum Betrieb. Obwohl sie die Ställe zum größten Teil selbst ausgebaut haben, musste sich die Familie für die Modernisierung verschulden. Der Milchpreis ist seit Jahren im Keller, 34 Cent gibt es pro Liter. Um die Kosten zu decken, müssten es mindestens 40 sein. Die Schuld an der Misere geben sie auch dem Bauernverband. Also aus meiner Sicht hat der Bauernverband hier für mich nichts getan, deswegen habe ich den auch gekündigt, da stehe ich auch zu. Bauernverband ist nicht unsere Vertretung, also schon gar nicht auf Bundesebene. Es ist tatsächlich so, dass wir da ganz anders denken als der Bauernverband und uns deswegen auch verabschiedet haben. Weil die helfen uns gar nicht. Das ist keine Interessenvertretung. Die verraten uns nur. Die verkaufen uns an Industrie und mehr nicht. Der Bauernverband? Ein Verräter? Wir fahren nach Mecklenburg-Vorpommern. Detlef Kurek hat uns auf seinen Hof in Körchow eingeladen. Er ist Getreidebauer, Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern und Vizepräsident des Bundesverbandes. Solche Vorwürfe hört er häufiger. Das kommt mit den Erwartungshaltungen, die der Einzelne hat, zusammen. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe, zu sagen, ehrlich zu sagen, was wir leisten können und was nicht. Immer denn, wenn es um Wirtschaft geht, also um wirtschaftliche Milchpreise zum Beispiel, das klassische Thema. Wir sind nicht verantwortlich für die Milchpreise, wir sind auch nicht verantwortlich für die Getreidepreise da oben. Das erregelt der Markt. Wir können auf den Markt nur so viel Einfluss nehmen, wie wir politischen Einfluss haben. Ansonsten ist der Markt nicht unser Thema. Der Markt kein Thema? Der politische Einfluss zu gering? Auf Bauerntagen treten regelmäßig namhafte Politiker auf. Verbandsvertreter reden in Kommissionen und Fachausschüssen mit. Der Bauernverband gilt als eine der einflussreichsten Lobbyorganisationen Deutschlands. Er ist der Ansprechpartner, wenn es um Düngerecht, Tierwohl oder Subventionen geht. Auch deshalb sind die meisten Landwirte Mitglied. Seine Struktur ist komplex. Der Vorstand wird von einer Delegiertenversammlung gewählt und bleibt vier Jahre im Amt. Vorstand und Präsidium bestimmen die politische Linie. Mitglieder des Bundesverbandes sind nicht die Bauern, sondern 18 Regionalverbände, dazu die Landjugend, die Landfrauen und der Raiffeisenverband. Zusätzlich gibt es 45 assoziierte Mitglieder, Verbände aus dem Agribusiness, Firmen und Versicherungen. Vom Milchindustrieverband über Ziegen- und Kaninchenzüchter bis zur Messe Berlin. 19-Fachausschüsse aus allen Bereichen der Agrarwirtschaft arbeiten dem Präsidium zu und nehmen Einfluss auf Entscheidungen. Der Bauernverband, ein verzweigter Organismus, der die Landwirtschaft in Deutschland dominiert. In Blekede auf dem Hof von Familie Bockelmann gibt es jetzt Mittagessen. Für alle Mitarbeiter und die siebenköpfige Familie. Zwei Generationen leben hier unter einem Dach. Der Hof muss beide ernähren. Die Großeltern werden gebraucht. Renate Bockelmann kocht für alle. Ihr Mann Ulrich hilft auf dem Hof und bei der Ernte mit. Als er mit 40 Kühen hier anfing, wurde noch auf der Weide gemolken. Doch obwohl der Betrieb heute moderner und viel größer ist, die Existenzsorgen sind die gleichen. Was kriegen wir? Da stecken alle die Bonzen, die stecken sich das doch alles ein. Das ist doch, und so war es schon immer, schon immer. Wir kriegten immer so viel, dass wir gerade überleben könnten, also dass die Karre noch rumlieft. Mehr war nicht. Ursprünglich kommen wir immer von 80 Pfennig, das sind 40 Cent für die Milch gewesen. Haben wir mal ein paar Jahre gekriegt, ja nicht? Wie wir anfingen. Und selbst die Subventionen, die fangen das nicht auf. Heiko Bockelmann ist aus dem Bauernverband ausgetreten, als er den Hof übernahm. Er ist jetzt als Geburtshelfer gefragt. Am meisten freut er sich über weiblichen Nachwuchs für den Milchviehbestand. Bullenkälber werden verkauft. So, wir gehen nochmal ein kleines bisschen in den Kreis mit der Kuh, aber ein bisschen mehr Platz. Nochmal. Das war jetzt ein Fehlversuch. Und da kommt das Neugeborene. Jawohl. Einmal kurz geholfen. Da ist es. Und wieder ein Bulle. Sechste Bulle in Folge. Nicht ein Mädchen hast du uns beschert. Kannst du das denn nicht? Aber Bullen sind auch gut. Das Büro managt Juliane Bockelmann. Sie hat Landwirtschaft studiert. Probleme bereitet ihr das starre Vertragssystem in der Milchwirtschaft, die Andienungspflicht. Bedeutet, die Molkerei nimmt garantiert die gesamte Milchmenge ab. Den Preis erfahren die Bauern aber erst Wochen später. Es ist natürlich so geregelt, dass wir den Preis nicht selber festlegen können, sondern das Geld bekommen, was übrig bleibt. Quasi Restgeldempfänger. Und das können wir leider im Moment unter den aktuellen Marktbedingungen, unter den aktuellen Gesetzesbedingungen einfach nicht ändern, nicht beeinflussen. Die Andienungspflicht, ein Ärgernis für viele Milchviehbetriebe. Sie sollte schon 2016 fallen. Doch der Bauernverband war dagegen. Sie blieb. Warum? Wir sind in Berlin. Hier ganz in der Nähe des Regierungsviertels befindet sich die Zentrale des Deutschen Bauernverbandes. Im Haus der Ernährungswirtschaft. Wir wollen wissen, warum der Verband bis heute an der Andienungspflicht festhält. Das ist eine privatrechtliche Entscheidung, die dann der jeweilige Milcherzeuger mit seiner Molkerei vereinbart. Also bei dem Thema sagen wir ganz klar, das müssen Erzeuger und Molkereien untereinander aushandeln. Das hören wir auch von Vizepräsident Detlef Kurek. Er sieht in der Andienungspflicht sogar einen Vorteil für die Bauern. Viele Landwirte sagen, okay, wenn da aber zu viel Milch da ist, wo bleibe ich mit meiner Milch ab? Bin ich ja froh, dass ich die Abnahmeverpflichtung und die Andienungspflicht hängen miteinander zusammen. Und man kann nicht von beiden nur das Beste nehmen. Hat der Bauernverband wirklich keinen Einfluss? Oder mischt er doch mit? Verbandsvertreter sitzen an wichtigen Schaltstellen von Wirtschaft und Politik, wie eine Studie der Uni Bremen im Auftrag des Naturschutzbundes NABU zeigt. Mitglieder und Funktionäre besetzen Posten in vielen Aufsichts- und Kontrollgremien. In der Versicherungs- und Kreditwirtschaft. In der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Sie sitzen in Berufsverbänden, in Vereinigungen von Genossenschaften und Verbänden der Ernährungsindustrie. Mitglieder des Bauernverbandes sprechen auch im Bundestag und im Agrarausschuss mit. Und sie sitzen in Behörden wie etwa den Landwirtschaftskammern. Insgesamt belegt die Studie 560 Verflechtungen. Danach sind v.a. Spitzenvertreter des Bauernverbandes von der Industrie bezahlte Multi- oder Vielfachfunktionäre. Die wollen wir da ja drin haben. Weil wir dort genau den bäuerlichen Aspekt in die Unternehmensentscheidung mit einbringen wollen. Wir werden immer versuchen, jemanden in diese Aufsichtsräte zu schicken, damit wir das bäuerliche Thema dort spielen können. Dass sich das nicht eins zu eins in die Unternehmensentscheidung umsetzt, sondern manchmal nur in kleinen Prozentzahlen. Und vielleicht das eine mal auch ein bisschen mehr, das andere mal ein bisschen weniger. Aber dass wir zumindest unsere Stimme in den Gremien haben, das ist unser ureinigstes Interesse. Nur wen vertreten sie dort wirklich? Die Bauern oder die Ernährungsindustrie? Der ist so groß gewesen. Für Heiko Bockelmann ist das keine Frage. Meinetwegen Molkerei XY zahlt einen Milchpreis aus von 34 Cent. Und komischerweise finden wir dann im ganzen, jetzt für den norddeutschen Bereich zum Beispiel, keine Molkerei, die freiwillig 35 zahlt. Es wird sich immer an der schlechtesten orientiert. Das ist furchtbar. Und wer ist verantwortlich? In meinen Augen ist das die Molkerei, die Politik und ganz stark der Bauernverband. Der hat uns diese Misere eingebrocht. Einer, der den Deutschen Bauernverband in vielen Verhandlungen erlebt hat, ist Christian Meier, der ehemalige Landwirtschaftsminister in Niedersachsen. Die Bauern haben ein Interesse daran, dass ihr Milchgeld höher wird, dass sie mehr für ihre Liter Milch bekommen. Und die Molkerei möchte möglichst niedrige Preise auszahlen, wenn es um Milchüberproduktion geht, habe ich den Bauernverband eher auf der Seite der Molkereien als auf der Seite der Milchbauern gesehen, die zum Beispiel protestiert und gestreikt haben und gesagt haben, wir wollen bessere Milchpreise haben. Da hat der Bauernverband immer gegen jegliche Regulierung der Molkereien bei Ministern geworben. Und hat eigentlich damit die Interesse der Mehrheit der Milchbäuerinnen und Milchbauern nicht vertreten. Oder wenn man so will, sogar ein Stück weit verraten. Wir können uns auch auf die Barrikade stellen und dann schimpfen wir an Rohrspatz, dass der Milchpreis niedrig ist. Aber wenn wir daran nichts tun können, ist das ein sehr frustrierendes Geschäft. Viele Bauernfamilien jedoch wünschen sich mehr Einsatz. Wir sind in Becklingen bei Zelle. Hier will ein Schweinemäster raus aus der Billigproduktion. Wie viele Landwirte hat Jan-Hendrik Holtz darauf jahrelang gesetzt und konnte von Masse statt Klasse gut leben. Das ist vorbei. Er muss den Betrieb umkrempeln. Das Geschäft mit Schweinefleisch ist ruinös. Die Branche steckt mitten in ihrer größten Krise. 2000 Ferkel und 1700 Mastschweine hält Jan-Hendrik Holtz. Wir sind hier jetzt dort, wo unsere Ferkel geboren werden und großgezogen werden. Die Muttersauen leben hier mit ihren Ferkeln in so einem kleinen Single-Apartment. Das heißt, sie haben, wir haben das vor drei Jahren schon umgesetzt, was jetzt ab 2030 erst der gesetzliche Standard wird. Wir sind weit voraus. Wir sind eigentlich 15, fast 20 Jahre voraus. Also, dies hier ist fast der doppelte EU-Anspruch. Damit ist er auch dem Bauernverband voraus. Mehr Platz in den Ställen? Überflüssig. Das war lange die Position des Verbandes. Der Bauernpräsident noch 2016. Wir brauchen keine Agrarwende. Die deutschen Bauern wirtschaften nachhaltig. Wir wirtschaften in und mit der Natur. Und wir halten unsere Tiere tiergerecht. Heute arbeitet auch der Bauernverband in Kommissionen für eine bessere Nutztierhaltung mit. Doch das Know-how für mehr Tierwohl hat sich Jan-Hendrik Holtz auf Biohöfen abgeschaut. Wo man fitte Ferkel dran erkennt, ist einmal, dass die Ohren komplett heile und gesund sind. Dass die Augen klar sind. Und was man ganz doll gucken muss, die Klauen, die Klauen der Ferkel, sind der Spiegel des Immunsystems. Und wenn die Klauen gesund sind, dann klappt am Ende hinten auch der Ringelschwanz. Wir setzen komplett auf den Ringelschwanz. Der bleibt dran, der bleibt heile. Und ziehen die damit komplett auf. Schön, oder? Wenn die Ringelschwänze so wedeln, dann ist die Zufriedenheit erreicht. Das ist das Höchstniveau. Wenn man sieht, wie schön diese Sau im Freilauf mit ihren Ferkeln die Zeit verbringt und welche Entspannung dieses Tier hat. Und die zahlt sich aus. Niedersachsen hat eine Ringelschwanzprämie eingeführt. Als Anreiz für gute Tierhaltung. Schweine, denen es schlecht geht, beißen sich gegenseitig die Schwänze ab. 16,50 Euro gibt es für jedes Mastschwein mit intaktem Schwänzchen. Der Bauernverband war gegen die Prämie. Zu viel Aufwand, zu wenig Geld. In den meisten Stellen angeblich nicht machbar. Ganz oft sind Bauernverbandsvertreter, die sagen, wir brauchen diese Massenproduktion, um unsere Exportüberschüsse auf den Weltmarkt zu werfen. Weil wir produzieren ja in Deutschland mehr Fleisch, als wir essen. Wir produzieren auch mehr Milch, als wir trinken. Das heißt, es ist immer eine Spanne dabei, die sozusagen in den Export dann auch geht. Und davon muss man sich eigentlich verabschieden. Eigentlich leiden die Landwirte, die für den heimischen Markt produzieren, unter der Exportstrategie, die die Bundesregierung fährt und der Bauernverband fährt. Weil sie eben die Preise in Europa massiv runterdrücken. Es geht ja immer die Rede dort, der DBV sei für die Weltmarktorientierung. Aber das ist eine Legende. Wir sagen nur, wenn die Politik uns die Weltmarktorientierung beschert, indem sie die Märkte öffnet, dann müssen wir auch die Chance haben, dorthin zu gehen und uns nicht nur die Risiken sozusagen einzuhandeln, sondern auch die Chancen nutzen zu können. Doch die Chance wird zur Falle, wenn die Preise auf dem Weltmarkt die Kosten der Bauern nicht mehr decken. Um Exportware für China zu machen, müsste ich eigentlich doppelt so viele Tiere, gesetzlicher Mindeststandard, vollproppen die Bude bis unters Dach. Und auch wenn mal ein paar Ferkel hops gehen, ist egal. Hauptsache viel Output pro Quadratmeter Steilfläche. Das muss ich machen, wenn ich weltmarktorientiert wirtschafte. Doch in Exportware sieht Jan-Hendrik Hohls keine Zukunft. Deshalb sollen nach den Muttersaunenferkeln auch die Mastschweine mehr Platz bekommen. Dies hier ist ein Standard-Maststall, wie er im Moment quasi in der ganzen Republik verteilt steht. Man sieht aber, dass die Tiere doch ein relativ langweiliges Leben in diesem Stall führen. Sie sind gesund, sie wachsen, sie werden auch schlachtreif, aber sie könnten doch ein besseres Leben führen. Deshalb bekommen sie demnächst einen Auslauf mit Stroh. Gut. Jan-Hendrik Hohls geht ins Risiko, um den Familienbetrieb zu retten. Auch auf diesem Hof leben zwei Generationen zusammen. Langfristig sollen alle Ställe mit einem Auslauf versehen werden. Die Pläne sind schon fertig. Mitglied im Deutschen Bauernverband will der Landwirt aber bleiben. Der Bauernverband an sich ist eine Lobbyvertretung. Aber kann er allen Interessen gerecht werden? Ich glaube nicht. Er kann weder den ganzen Grundbesitzern gerecht werden, noch den ganzen Waldbesitzern, noch den ganzen Tierhaltern, die sich nicht so gern verändern wollen, wie auch allen denen, die sich verändern wollen. Ich glaube, es ist für den Bauernverband eine schier unlösbare Aufgabe. Ein paar Wochen noch, dann wird in Becklingen umgebaut. Auch Milchviehbetriebe brauchen Alternativen, wenn sie überleben wollen. Hof Weitenfeld in Telldau ist der Elternhof von Juliane Bockelmann. Sie ist in die Hofmolkerei ihres Vaters eingestiegen. Als zweites Standbein neben dem eigenen Betrieb. Die Molkerei produziert Schulmilch, beliefert Haushalte und bestückt Wochenmärkte mit Milchprodukten. Fast die Hälfte der auf dem Hof erzeugten Milch geht in die Direktvermarktung. Das bringt mehr Geld als der Verkauf an eine Großmolkerei. Das sind jetzt 60, 120 haben wir jetzt von der Erdbeermilch. Hof Weitenfeld ist ein Ackerbau- und Milchviehbetrieb mit 180 Kühen am Rande von Mecklenburg-Vorpommern. Peter Gohl ist Julianes Vater. Gut, Finn, kannst rausmachen, das Rohr. Er war lange aktiv im Bauernverband. Zum Jahresende aber hat er seine Mitgliedschaft gekündigt. Hoffentlich habe ich die Klappe richtig zu. Ja, wir haben mit vielen Kollegen lange versucht, da irgendwo in dem Verband etwas zu reformieren, dass es tatsächlich auch zum Wohle und zum Nutzen der Bauern ist. Und daran haben sich viele, unter anderem auch ich, aufgerieben, viele Jahre mit letztendlich der Einsicht, dass unsere Mühen nicht gefruchtet haben. Auf regionaler Ebene hat das hier hervorragend geklappt. Da waren wir in eine gute Interessenvertretung. Aber spätestens in der nächsten Ebene sind dann diese Dinge wieder zunichte gemacht worden und man hatte eigentlich nichts erreicht. Wie Landwirte die Politik des Bauernverbandes beurteilen, dazu hat der Naturschutzbund NABU 2019 ein Meinungsbild erstellt. Ergebnis? 56% fühlen sich durch den Bauernverband eher schlecht oder sehr schlecht vertreten. Und trotzdem bleiben die meisten Mitglied. Das sind oft Betriebe, die über Generationen Mitglied im Bauernverband sind. Das hat der Großvater schon so gemacht. Und das war ja sicherlich nach dem Krieg auch eine ganz, ganz wichtige Institution, um bäuerliche Interessen zu vertreten, um sich stark zu machen. Also einmal die traditionelle Geschichte, dann kommt dazu die Steuerberatung, die Buchführung. Alles, was mit Rentenanträgen, Betriebsübergaben zu tun hat, mit der Antragstellung Agrarförderung. Das wird ganz oft von den Bauernverbänden, Landvolkverbänden mitorganisiert. Die haben die Strukturen dafür, die haben die Mitarbeiter dafür. Also wirklich eine sehr, sehr zufriedenstellende und engagierte Arbeit. Dem kehrt man so leicht nicht den Rücken. Da hat man ein schlechtes Gewissen. Auch ich habe mich da ganz lange mitgequält. Hof Weitenfeld gehört in fünfter Generation der Familie Guhl. 31 Angestellte kümmern sich um die Tiere. Uns arbeiten in der Molkerei. Oh, schön. Peter Guhl hat sich den freien Bauern angeschlossen. Ein noch junger Verband, der nur bäuerliche Familienbetriebe vertreten will. Doch viele zögern, eingetretene Pfade zu verlassen. Auf den Höfen herrscht zu viel Angst vor einem Ruin. Das hat ja auch zur Folge, dass wir viele Bauern schon haben, die sich völlig zurückgezogen haben, die ihre Meinung gar nicht mehr kundtun. Und die einfach in ihrer Arbeitsfalle gefangen sind und einfach immer nur weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und wenn sich die Chance gibt, am liebsten noch mehr machen. Weil wenn der Preis pro Kilo nicht stimmt, muss ich einfach mehr Kilo erzeugen. Das sind in der Regel die Strukturen, die nicht passen. Die sind ja deswegen keine schlechten Bauern oder so. Aber die Strukturen entwickeln sich weiter und nicht jeder ist in der Lage, diesen Schritt mitzugehen. Das ist immer dynamisch, so ein Geschäft. Und man muss sich immer mal wieder revidieren. Und man muss eigentlich mit seiner Investitionsentscheidung fünf Jahre ins Voraus gucken. Also ich muss heute wissen, welcher Trend mich in fünf Jahren erwartet. Vor fünf Jahren noch hat auch der Bauernverband vor allem auf Weltmarkt und Export gesetzt. Und mit ihm die Mehrzahl der Mitglieder. Julianes Vater hat lange vorher umgesteuert. Langfristig will er Tiere abstocken und dann die gesamte Milch direkt vermarkten. Ein Ausstieg aus diesem Kreislauf mit der Großmolkerei, das kann eigentlich nur der richtige Weg sein. Unser. Für uns ist das der richtige Weg. Man kann es eben einfach nicht verallgemeinern, aber für uns ist dieser Weg vorgeschrieben. Das ist klar. Wir können damit Geld verdienen und packen keins bei wie bei den anderen Betrieben. Alle anderen, denen geht es jeden Tag nur ein bisschen schlechter. Ich rede ja ganz viel mit Kollegen. Die verbrennen jeden Tag noch mehr eigenes Kapital in der Hoffnung, dass es doch nun irgendwann mal besser werden müsse. Und ich persönlich sehe durch meine Erfahrung, dass nicht, dass es wirklich für einen längeren Zeitraum tatsächlich deutlich besser wird. Sprich, dass Kosten im Durchschnitt gedeckt werden. Von Gewinnen wollen wir doch gar nicht reden. Wir werden auch in Zukunft Betriebe verlieren, auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Das ist immer so gewesen und das wird auch in Zukunft so bleiben. Und manch einer, der sich heute auf der Welle des Erfolges sieht, der ist plötzlich erstaunt, dass da eine Wand kommt. Das kann auch passieren. In Becklingen werden Wände eingerissen. Nach mehr als einem Jahr Planung kann Jan-Hendrik Hohls endlich seinen Stall ausbauen. Ach! Passt nicht, scheiße. Jetzt muss oben eine Schraube. Akkuschrauber, eine Schraube. Okay? Ja, ja, okay. Zwei Söhne und eine Tochter hat Jan-Hendrik Hohls. Hallo, Jette. Das wäre ein Pferdestall, wa? Ja. Ah, und was wird's? Nein. Ein Schweinestall. Dieser Bereich, was jetzt eigentlich die Wand ist, wird nie eine Wand werden. Hier kommt nur bestenfalls ein Gitternetz vor, dass der freie Wind immer zu den Tieren kann. Und du siehst ja, die Tiere kriegen sogar diesen Außenreiz. Sie können später aus dieser Fläche sogar in die freie Natur gucken. Die ganze Familie steht hinter dem Projekt. Sie machen so viel wie möglich selbst, um die Kosten niedrig zu halten. Das Holz stammt von Fichten, die Jan-Hendriks Großeltern vor 80 Jahren gepflanzt haben. Genau für solche Fälle. Dieses Zerrissensein des Berufsstandes wird sich jetzt zeigen in der Differenzierung der Betriebe. Die, die sich auf den Weg machen, machen das sehr erfolgreich. Entweder in Größenwachstum über Stückkostenreduzierung. Ganz knallhart. Große Agrarunternehmen, die ganz knallhart auf Stückkostenoptimierung gehen. Wir haben hier große Saatgutzüchter im Landkreis, die genau so eine Modelle wählen. Das kann ich nicht als Familienbetrieb. Deswegen nehme ich die andere Schiene. Wir fliehen nach vorne. Natürlich mit einem erheblichen Risiko, mit einer hohen Investition. Aber ich glaube schon, ich glaube da einfach dran. Das wird funktionieren. Punkt. Muss funktionieren. Tierwohl stand nicht im Vordergrund, als Jan-Hendriks Eltern hier noch Schweine mästeten. 1993 haben wir gemeinsam diesen Stall errichtet, den alten Stall. Jetzt wird angebaut. Der Verbraucher, der möchte gerne, dass die Tiere noch zufriedener aufwachsen. Ja, und dadurch ergibt sich halt das Strohschwein. Ich finde es total gut. Ist genau mein Ding. Schweine raus, eine frische Luft, Bewegung. Ist gut fürs Fleisch. Uns gut für den Betrieb? Ja, ich denke schon, dass es was wird. Ich denke da einfach ganz fest dran. Ganz fest. Ja? Kannst du vielleicht noch den Weg abschieben? Den Weg abschieben? Einmal den Weg abschieben. Ja, komm, die warten noch. Ja, komm. Ja, nicht die Arbeitsstelle verlassen. Wir erschließen jetzt einen neuen Markt. Der Verbraucher ist für uns die Schlüsselfigur. Wir suchen anspruchsvolle Verbraucher, die das bezahlen. Qualität statt Quantität. Inzwischen sieht auch der Deutsche Bauernverband darin eine Chance. Regionalität ist das Stichwort, ist der Trend. Natürlich ist das ein Marktsegment. Das wächst, hat noch nicht Platz für alle Betriebe. Aber da können wir mehr tun. Hätten Sie das früher machen müssen, als Bauernverband? Na, die Frage ist sehr zugespitzt und lässt sich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Wir sind nicht diejenigen, die das Produktionsprogramm des einzelnen Unternehmens, des einzelnen landwirtschaftlichen Betriebs steuern. Trotzdem beeinflusst die Politik des Bauernverbandes die Betriebe. Auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. In der einstigen Kornkammer herrscht Konkurrenz um das Land. Grund und Boden sind als Kapitalanlage begehrt. Investoren kaufen im großen Stil Flächen auf. Wer welches Land besitzt, ist schwer zu durchschauen. Nach einer Studie des Thünen-Instituts gehörte schon 2017 fast die Hälfte des Agrarlandes in Mecklenburg-Vorpommern auswärtigen Investoren. Hinter diesem Ausverkauf stecken Firmen aus der Textil, der Möbel, Logistik, Immobilien, Versicherungs- oder Pharmabranche. Agrarland als lukratives Investment. Einheimische Landwirte haben das Nachsehen. Frank Hartmann ist Biobauer auf dem Fischlands an der Ostsee und Vorsitzender des Bauernverbandes Nord-Vorpommern. Sein Hof lebt vom Ackerbau, vom Tourismus und von der Viehzucht. Die Angusrinder stehen weit verstreut auf verschiedenen Weiden. Hier auf der Halbinsel sind Agrarflächen eher knapp. Mutterkühe und Kälber bleiben das ganze Jahr über auf der Weide. Doch sie brauchen Zusatzfutter. Und Frank Hartmann für den Anbau des Getreides die entsprechenden Flächen. Nun los, lass mich mal durch. Der größte Teil des Landes, das Frank Hartmann bewirtschaftet, ist gepachtet. Wie auf den meisten Höfen. Laut Landwirtschaftsministerium sind rund 60 Prozent der Agrarflächen in Deutschland nicht mehr in Bauernhand. Der Hof der Hartmanns ist inzwischen umzingelt von Großinvestoren. Landwirtschaft heißt ja, Land zu bewirtschaften. Und es ist sicherlich auch schwieriger geworden, die entsprechende Flächenausstattung zu haben, damit man auch weiterhin Landwirtschaft machen kann. Eigentlich, wenn man das realistisch sieht, auf diesem ertragsschwachen Standort hier, dann ist das, was zurzeit an einem Kaufpreis für Land erzielt werden möchte, selbst durch die nächste Generation nicht mehr reinwirtschaftbar. Das ist ein riesengroßes Problem. Oh Mädels, kommt her! Niedrigzinsen heizen die Nachfrage nach Agrarflächen weiter an. Und damit die Preisspirale. Bundesweit sind seit 2010 die jährlichen Pachtpreise für Agrarland im Schnitt von 233 Euro pro Hektar auf 329 Euro pro Hektar gestiegen. Ein Plus von 41 Prozent. Rasanter noch die Entwicklung der Kaufpreise für Agrarflächen. Der Preis pro Hektar stieg von 11.854 Euro auf 26.439 Euro. Ein Anstieg um 123 Prozent. Für viele Landwirte nicht mehr bezahlbar. Weil er nicht weiß, wie viel Weide- und Ackerfläche ihm in Zukunft bleibt, hat Frank Hartmann kürzlich Hühner angeschafft. 223 Legehennen. Ein Zubrot für alle Fälle. Er beobachtet, wie immer mehr Betriebe aufgeben. Auch, weil sie die Bodenpreise nicht mehr bezahlen können. Dieser Strukturwandel, der geht auch weiter. Wir werden das nicht aufhalten können. Auch die Landwirtschaft ist da nicht anders als wie die restliche Wirtschaft. Es ist nun mal das Prinzip unseres Systems Wachsen oder Weichen. Sein Ausweg, sich möglichst vielseitig aufzustellen. Auf dem Hof werden Rindfleisch, Kartoffeln und jetzt auch Eier direkt verkauft. Ich habe diesen Schrank mir hergestellt, damit wir nicht 24 Stunden am Tag auf dem Hof sein müssen, um die Eier zu verkaufen. Ich könnte mehr Eier haben, um den Schrank zu bestücken. Also im Augenblick wird das sehr gut angenommen. Und alles zusammen ernährt den Hof und unsere Familien. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen hat Frank Hartmann einen Hofnachfolger. Sein Sohn Kim hat Landwirtschaft gelernt und kann sich vorstellen, den Betrieb zu übernehmen. Doch das Land muss genug abwerfen, um dann zwei Familien zu ernähren. Sicher ist das nicht. Wie es immer so ist, jetzt stimmt irgendwas nicht. Denk mal, wir haben Steine in der Walze. Nee, das ist ein größeres Problem. Da hat sich hinten eines von diesen Abstreifern in der Walze. Der ist verbogen und hängt in der Walze, dass es sich nicht dreht. Soll reichen. Gut, dann können wir weitermachen. Kim Hartmann bearbeitet ein Feld mit der Telleregge. So bereitet er den Boden für die nächste Aussaat vor. Es ist wirklich die Richtung gewandert, dass du immer mehr Fläche brauchst, um wirklich überlebensfähig zu bleiben. Und dann bangt man natürlich irgendwo um jeden Hektar. Und jeder Hektar, der wegfällt, ist natürlich irgendwo, ich sag mal, auch ein paar Tonnen Weizen weniger. So einfach ist es ja nur irgendwo zu sagen. Und das ist natürlich, ja, für jemanden, der aus Herz und Leidenschaft irgendwo langwirte, ist das schwierig. Man möchte irgendwo so viele Menschen wie möglich ernähren können. Und da ist jeder Hektar, der fehlt, ist einfach ein Hektar, der fehlt. Da unten das Viereck, was du da siehst, wo wir gerade die ganze Zeit vorgedreht haben. Das ist so eine von den Flächen. Da unten ist eine Fläche, die, ja, wird so nicht genutzt. Aber sie wurde erst mal aufgekauft. Also einfach nur, um sie erst mal zu haben. Und es ist schade. Es ist noch nicht mal so, dass es einen sauer macht oder irgendwas. Es ist einfach nur schade drum, dass man wirklich Jahr für Jahr immer wieder überlegen muss, wie viel Fläche bleibt mir nächstes Jahr noch? Was kann ich noch anbauen, dass ich es rentiere? Das thematisiert der Bauernverband zum Beispiel überhaupt nicht. Diese Rolle von fremdem Kapital und Investoren, die immer stärker hier die Landwirtschaft bestimmen. Und wir wollten, dass das Vorkaufsrecht von Landwirten gestärkt wird. Egal, ob konventionell oder ökologisch. Das heißt, dass Flächen stärker an örtliche Landwirte gegeben werden. Und auch die kleinen und mittleren eher zum Zuge kommen als irgendwelche Großinvestoren. Also eigentlich im Sinne der Mehrheit der Bauern. Es geht ja darum, dass man Vorkaufsrechte, Privilegierungen da ausnutzt. Und trotzdem hat sich der Bauernverband in Niedersachsen, genauso wie auf Bundesebene, dann eigentlich knapp dagegen entschieden. Und wollte dieses Gesetz nicht haben als Eingriff in den freien Markt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurde über eine Gesetzesänderung diskutiert. Landesbauernpräsident Detlef Kurek lehnte sie mit Blick auf das Grundgesetz ab. Das ist das Eigentum, das ist unantastbar in der Bundesrepublik. Und dafür setzen wir uns auch ein zum Schutz der Bauernfamilien, die das Land aktuell besitzen. Ich muss auch für diese Leute eine Perspektive haben. Und ich bin froh für jeden, der sich am Ende des Tages entscheidet, dass er mit der Landwirtschaft aufhören will, dass er für seinen Betrieb noch ordentlich Geld kriegt. Also ist es auch im Interesse des Bauernverbandes, dass die Großen immer mehr Land aufkaufen und die Kleinen langsam aus dem Markt verschwinden. Das sagt der Bauernverband natürlich nie offiziell. Aber das ist natürlich auch eine Folge der Bauernverbandspolitik, dass sie seit 30, 40 Jahren diesen Strukturwandel, jedes Jahr zwei, drei Prozent weniger Betriebe, das gibt es in keiner anderen Branche, hinnehmen und eigentlich auch immer als natürlich befürworten. Aus Sicht des Bauernverbandes sind für das Höfesterben vor allem der Markt und zu hohe Auflagen verantwortlich. In Becklingen geht es jetzt erst richtig los. Raus geht's! Der neue Stall, fertig. Die Schweine dürfen raus. Wir müssen uns in Ruhe lassen, dann kommt sie von ganz alleine gleich. Ja, für mich ist das total toll, für uns als Familie auch. Die Tiere können raus und rein, sie können das aussuchen, sie können die Außenluft wahrnehmen. Das haben die einfach 30 Jahre nicht gehabt. Guck mal, wie lieb die sind, wie ausgeglichen. Jan-Hendrik Holtz zeigt seinen neuen Ferkelstall heute einem Kunden. Lukas Zimmermann ist Fleisch- und Wurstproduzent mit mehreren Verkaufsgeschäften in der Region. Er hat schon Erfahrung mit der Vermarktung von Strohschwein-Produkten. Schön. Schön staubig. Das musst du jetzt brühwarm den Kunden erklären, wie schön das aussieht. Das ist gar nicht mal, dass es jetzt in dem Moment womöglich besser schmeckt, sondern eben der Background. Wo kommt das her? Und viele Leute machen sich einfach Gedanken darüber, wo kommt mein Lebensmittel her? Und wenn ich wirklich von A bis Z sagen kann, das ist der Werdegang dieses Produktes, und das eben auch transparent so transparent darstellen kann, ist das eine tolle Sache. Und das ist auch was, was nicht alle Kunden, würde ich sagen, aber zumindest schon einen Großteil unserer Kundschaft interessiert. Das macht doch viel mehr Spaß. Guck sie dir doch an hier. Das ist keine dunkle Bude, wo die Tiere, wenn du da mal reinkommst, gegen die Wand springen, voller Angst und Panik. Und es zischt viermal am Tag und das Futter dosiert sich ein. Dann habe ich viermal sechs Minuten zum Fressen und das war der Tag. Das hier ist doch viel schöner. Guckst du dir doch an, wie glücklich die sind. Fleisch von Tieren aus besserer Haltung, Milch von Weidekühen aus der Hofmolkerei, Bauernfamilien auf der Suche nach Auswegen aus einer desaströsen Preispolitik für Lebensmittel. Abseits vom Mainstream und viele auch abseits des Bauernverbandes. Ich bin Mohamedou Hatzlahi. In Guantanamo Bay bin ich vielen Menschen begegnet. Einige wenige haben mich schlecht behandelt und sogar gefoltert. Ich lade sie alle ein, in mein Haus zu kommen und mit mir Tee zu trinken. Dieser Typ, er ist sehr manipulativ. Ich glaube, dass Hatzlahi ein Feind der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich getan habe. Wer ist Opfer? Wer ist Täter? Die aufwühlende Geschichte um Mohamedou Hatzlahi. Jetzt anschauen. Exklusiv in der ARD Mediathek.